Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that Walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this, you're torturing him. Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. Betty, are you off? I can't, Lee. You know I can't. Thank you, Lee. Please, listen to me. Please don't kick me out of the group. We won't. Tell me. Now. There. I got a piece. Let's just get back in the RV. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Now, what the fuck's the problem? The fuck? The actual fuck. Holy fuck. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. You're not coming with us. I'll die out here. I don't care. You're a murderer, Lily. We can't have you with us. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. You know? Yeah, he told me. I don't give a shit. If we keep you with us, how long until you get me? I was trying to protect all of us. You have someone erschossen? What's the hell? I don't have anything left. Get in, Lee. Let's go, you guys. Let's go, you guys. What the actual fuck? Also, the dead are here. Is Stuck feeling all right? What the fuck? Happened during the raid. What's the plan? You've never had a bite victim in the group before. I'm going to keep an eye on him and see what I can do from a medical perspective. We keep the same plan unless something changes. East. Guys. What else is there to do? We thought you should know. Important to stay honest with each other. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. But where and when? Ich fühle mich nicht gut. Was ist mit Carly? Es gab keine Zeit für eine Verwaltung. Walkers? Ja, schrecklich. Dann ist es ja bald nur noch... Fünf Leute. Ich vermisse meine Eltern. Ich auch. Ich weiß. Meine Mutter spielt die tuba. Really? Sie war eine sehr kleine Frau. Es war verrückt. Das eine Zeit, mein Bruder dachte, es wäre lustig, eine tuba zu füllen auf April Fool's Day zu füllen. Und das gleiche Tag, sie dachte, es wäre lustig, mich auf die Schule zu füllen, mit mir zu spüren. Was hat sich passiert? Äh, nur was du erwähnt. Das ist lustig. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das erinnere. Das ist lustig. Entschuldigung! Ich habe etwas hinterher. Verdammt. Die Straße sind geblieben. Jetzt müssen wir mit dem. Was jetzt? Wollen wir zu fahren? Ist bestimmt cool. Es ist eine Sicherheit. Das Bruch wird nichts von uns verbrechen. Warum nicht du und ich schauen? Ja, alle anderen relaxen. Clem, steig zu Kinney und Kat, okay? Lea, wenn du etwas verletzt hast, wenn du eine Dining-Karte hast, ich denke Duck ist ein bisschen entschuldigt. Es ist gefährlich. Was? Du denkst, dass es etwas gefährliches ist, in einem lokomotiven lokomotiven? Das habe ich mir gedacht. Was haben wir denn da schönes drin? Das hätte ja schon jemand gewonnen, mal. Das habe ich gesagt. Ich hoffe so. Aber das sieht schon mal ausgedrückt. Geh auf den Schrauben und hab deinen Schrauben. in einem hoher Blumen. Mal was von mir schon. Er wird von mir nicht aufgenommen. Okay. Du denkst, dass sie den Schrauben wegkommt. Ja, die Reise liegt. Ruy 207, Savanna. Das ist, wo Kinney hat sie uns übernommen. Okay. es sieht ungeöffnet, aber ja genau. Ich nehme das an Katja, für Dirk. Wir haben einen. Walker, sitzt in der Schraube, wir haben ihn. Ich glaube, wir sollten ihn übersehen. Ja. Ich glaube nicht, dass dieser Mann zurückgekommen ist. Ja. 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 Fragen wir einfach mal. Gucken wir mal ins Haumobil, ob wir da was finden. No, das war das Falsche. Okay. Okay, ich dachte da kommt so irgendwie so eine Meldung oder so. Oder, er sagt was, aber nein, er hat es einfach nur angeguckt. Wohnmobil, Tür, Steuerbolt. Da ist doch was, ein Stift oder so. Ähm, ja. Müssen wir jetzt mit ihr reden, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Weil, sie kann das ja anscheinend nur mit Blättern und wir brauchen hier keine Blätter gezeichnet. Wir müssen, lassen wir mal diesen Zug startet. Falsch. Äh. Okay, sechs. Na, gucken wir mal kurz noch. Die beiden unten. Dann. Die beiden oben. Und dann war es glaube ich der und der nächste. Die beiden müssen. Nein, der war es nicht. Warum gibt es eigentlich diese anderen Knöpfe, wenn die nicht angemacht werden müssen, oder so. Das verstehe ich nicht so wirklich bei den Zügen oder allgemein bei so welchen Schalter, weil... Braucht man die an, um ihn auszuschalten, oder was? So, dann haben wir jetzt die Fünf. Äh. Äh. Hier kommt das Spiel bei mir nicht aus Versehen. Äh. Nein, ich bin gerade ins Menü gegangen, weil ich kann das gerade nicht schließen. Fünf. Fünf ist das. Äh. Äh. Nein, nicht zurück. Äh. Der erste muss auf halb. So. Äh. Neun muss nach links gedreht werden. Nein. Neun. Neun. Hä? Hä? Moment, das ist acht. Ich hab gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss hier in die Maschine angucken. So. Neun. Äh. Äh. Neun. Hier ist auch nichts. Das waren die ersten. Das heißt, ich muss jetzt die hier öffnen. Oh, hier ist Werkzeug. Braubenschlüssel. Äh. Bolzenentferner. Ich glaube wir brauchen den Bolzenentferner. Äh. Sonst ist hier nichts. Gucken wir mal hier hinten noch rein. Hier war ja das, ne. Hier war ja das, ne. Okay. Und jetzt nach rechts. Äh. Was ist mit Duck? Was ist mit Duck? Was ist mit Duck? Was ist mit Duck? Schau, Kitty. Es ist etwas, das wir mit uns haben müssen. Wie geht's mit? Hörst du nicht, Cat? Wir wissen keine Scheiße, Lee. Lass uns das verdienen. Mom. Lass uns sehen, ob sie gehen wird. Ich hoffe nicht, dass es das Richtige wird. Äh. Es ist stuck. Ich kann definitiv das Ding frei prüfen. Wenn ich es zuerst verbrechen kann.